Ups. Die Reaktor-Kern-Temperatur, also die Reaktor-Kern-Temperatur, sozusagen. Grün reduziert die Temperatur vom Reaktor-Kern. Moment. Ah, jetzt kommt das gleich wieder. Moment. Feuerlöscher, oder? Ist schon soweit? Haben wir noch nichts Böses gemacht? Achso, doch. Juhu. Doch, ich hab scheiße gebaut, fast. Okay, also ganz genau müssen es 150 sein. Wenn wir zu wenig haben, werden wir gefeuert. Haben wir zu viel, werden wir gefeuert. Also, klack, 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 klack. Haben wir das. Oben blau, blau, blau. Grün, blau. Grün, grün. Und auch rot. Ups. Ach, lol, genau. 22. Was denn? Achso, jetzt eine andere Zahl. Was war das, 168? Ach, Himmelarsch und Zwirn, weil es zu viel Stuff auf einmal. Naja, ist das explodiert. Naja, ist der erste Reaktor halt. In den Luft gegangen. Mir wurscht. Ja, mein ist unter Kontrolle. Okay. Blub. Weil du gehst ja auch nicht mehr. Ja doch, du gehst schon noch. Ich muss das... Moment. Annoche wieder. Es ist nichts. Oh. Ja, es ist alles rot gewesen. Da. Okay, grün. Bald, okay. Puh. Muss eigentlich gut aufpassen. Ups. Soll ich ein bisschen aufpassen? Also fahr mal ganz leicht an. Ganz leicht. Ich geh nicht wirklich nach Anleitung grad. Ich weiß. Das ist gut. Das ist... Naja. Okay. Okay. So, muss man so. Loch. Stopp. Langsam lieber. Langsam. Ganz langsam. Alles unter Kontrolle. Ah. Waiting for instructions. Kommt der Kakao schon wieder. Alles nur grün. Aber... Alles nur... Oh, oh. Die steigen nämlich schnell. Die Werte. Die steigen schnell. Da. Ein bisschen weniger. Okay. Klack, klack, klack. Grün. Rot, rot. Blau, blau. Rot, blau. Okay. Und zweimal rot. Und 242. Also. Ah, da ist's schon. Moment. Okay. Nur schon wieder. Oh. So, das kann mal passieren. Weil es ist alltäglich. Moment. Runter mit dir. Okay. Sagen wir nicht mehr. 61. Können wir... Ups. So lassen. Hier ein bisschen weiter hoch. Halt. Ne, ne, warte. Ups. Ich hab schon wieder irgendwas gehört. Ne. Pass schon. Da ist noch alles grün. Da können wir ein bisschen hoch fahren. Das Ganze. War ja etwas falsch. Ne, passt schon. Also. Grün, rot, grün, grün. Halt. War schon. Rot, grün, grün. Blau passt auch. Grün, rot. Ne, passt schon. Und 218. Perfect. Was sagen die Werte? Also. Geht doch langsam. Wir kommen voran. Bisschen. Nein. Was ist jetzt rot? Ah. Okay. Jetzt explodiert eh gleich was. Zu langsam. Also. Es ist nicht so unbedingt das Ziel von mir, dass ich das jetzt erreiche oder so, sodass ich euch das Spiel mal zeig. Das ist ein witziges kleines Spiel. Am coolsten wäre es natürlich, wenn es in VR gehen würde. Aber ich habe ja, ja. Habe ich schon so oft gesagt. Ich müsste es echt aufnehmen, den Satz und immer wieder abspielen. Okay. Dann lass mal so. Okay. Was wäre ich das? Ja. Da wird es kühler. Das ist klar. Das ist offensichtlich. Also. Stopp. Da kann ich noch ein bisschen drauf geben. Aha. Bisschen ist gut gesagt. 14. Vielleicht Hummus Simpson in dem Spiel. Ohne Scheiß. Rot, grün, rot. Und da grün. Und was für Zahl 226? 200. Wer hat's da? Hopp. Ja, ja. Hab ich schon gesehen. Hab ich schon gesehen. Ich fahr schon runter. Mit der Temperatur. Irgendwas brennt schon wieder, oder? Ja. Perfekt. So. Jetzt können wir wieder. Und. So. Wir haben jetzt 46. Also schaffen tue ich es auf jeden Fall nicht. So. Und warte. Langsam ansteigen lassen. Ganz langsam. Okay. Das sieht gut aus. Na ja. Es sind erst 49. Also das ist nicht gut. Also was war's? Okay. Die oberen drei. Bam, 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 bam. Ah. Oben alles grün. Blau, grün, rot. Und was für Zahl 244? Bam. Das ist pathetic, hey. Ein bisschen mehr hier. Aber nicht zu viel. Nicht zu viel. Nee. Nee, nee, nee. So. Irgendwas. Brennt schon wieder. Okay. Hier muss ich aufpassen. Na ja. Es geht aber eh langsam runter. Wann haben wir denn? 104. Okay. Rot. Boah. Was denn jetzt schon wieder? Runter damit. Okay. Blau. Das hier. Oh. Ich hab zu viel produziert. Ja, okay. Da werde ich es euch jetzt gut sein lassen. Ich wollte es euch nur einmal ein bisschen zeigen. Das ist ein nettes kleines Spielchen. Gut, dann sag ich mal. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Abo da. Daumen hoch. Teils mit Freunden, Bekannten. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tag Jill. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.